Die Schlacht an der Gürde fand am 16. September 1813 während der Befreiungskriege auf dem Gebiet des heutigen Staatsforstes Gürde statt, das 1813 zum Departement der Aller im Königreich Westfalen gehörte. Die Verbündeten setzten sich aus preußischen und russischen Truppen der russisch-deutschen Legion, dem Lütz-Scheng-Freikorps, Briten und Hannoveranern, der Hanseatischen Legion, Mecklenburgern und Schweden unter dem Oberbefehl von Generalleutnant Graf Walmoden zusammen. Dieses Kontingent besiegte eine napoleonische Abteilung unter dem Kommando des Generals Marc-Nicolas Louis Pechel. Das Schlachtfeld liegt im Grenzgebiet der heutigen Landkreise Lüneburg und Lüchudanberg zwischen den Orten Oldendorf an der Gürde und Gürde. Vorgeschichte Die Gürde hatte bis in die Zeit der napoleonischen Kriege zum Kurfürstentum Hannover gehört, war aber 1803 in französische Gewalt gekommen. Die Bildung des russisch-preußischen Bündnisses gegen Frankreich im Frühjahr 1813 löste in Norddeutschland eine allgemeine Erhebung gegen die französische Herrschaft aus. In Teilen Hannovers, wie im inzwischen französischen Departements der Elbmündung und im königlich-westfälischen Departements der Aller wurden die Franzosen verjagt, während Truppen der Verbündeten unter dem obersten Friedrich Karl von Tettenbonne das Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin und Hamburg eroberten. Die Verbündeten mussten sich jedoch nach dem siegreichen Gefecht bei Lüneburg vor dem anrückenden 13-Kor-Untermarschall der V-Out über die Elbe zurückziehen und Hamburg räumen. Nach dem Ende des Waffenstillstands im Sommer 1813 über vielen Freikors wie die Lütz-Uhr links der Elbe immer wieder französische Versorgungszüge, Kuriere und Stützpunkte während das Kor-Wallmoden rechts der Elbe blieb. Das Kor der V-Out hatte sich bis dahin recht passiv verhalten. Es beschränkte sich darauf das Kor-Wallmoden in Schach zu halten. Als Maßnahme gegen die Scharmützel schickte der V-Out im September die 12. Division des General Pechel an das westliche Elbe-Ufer. Pechel schickte eine Brigade mit 3000 Franzosen auf Lüneburg vor. Aufgabe dieser Truppen war es die Verbindung mit den französischen Truppen in Magdeburg herzustellen. Das Kor-Wallmoden rückte am 15. September mit 12.300 Mann nach Dömitz vor, setzte über die Elbe, marschierte den Franzosen entgegen und schlug ein Lager bei Darnenberg an der Elbe auf. Verlauf Die französische Brigade Pechel unternahm einen Vorstoß gegen die Verbündeten. Am frühen Nachmittag des 16. September 1813 kam es auf den Steinkehöhlen in der Gemeinde Narendorf an der Gürde zur Schlacht. Weil Modenseinheiten trafen nacheinander ein und griffen die Franzosen schlecht koordiniert an. Diese Einzelangriffe wurden alle zurückgeschlagen. Erst am Abend gelang es der hannoverischen Brigade Halkett, die französischen Truppen zum Rückzug zu zwingen. In der Schlacht wurden erstmals auf deutschem Boden Kongrifraketen eingesetzt. Folgen Die Schlacht an der Gürde unterbrach die Achse zwischen dem 13. Korb unter General der Vaut und dem Hauptquartier in Hamburg sowie der in Sachsen liegenden Hauptarmee Napoleons und somit die Nachschublinie aus Frankreich über Hannover nach Magdeburg und Berlin. Gedenken Seit 1839 erinnert eine vom hannoverischen König Ernst August errichtete Gedenkstätte mit einem großen behauenen Findling an die Schlacht. Sie liegt nördlich der Bundesstraße 216 etwa zwei Kilometer hinter Oldendorf in Richtung Dannenberg. Etwa 1000 gefallene Soldaten aller an der Schlacht beteiligten Nationen wurden in einem Massengrab an Ort und Stelle beerdigt. Es wurde 1985 wiederentdeckt und liegt etwa 100 Meter vom Denkmal entfernt versteckt im Wald. Berühmt wurde die Freiheitskämpferin Eleonore Porchaska, die sich in unbedingtem Widerstandswillen gegen Napoleon als Frau unerkannt dem Lütz-Schenk-Freikorps angeschlossen hatte. Während der Schlacht wurde sie verwundet. Am 5. Oktober 1813 erlag sie in einem Privathaus in Dannenberg-Lange-Straße 32 ihren Verletzungen. Eine Tafel am Haus erinnert daran. Zwei Tage später wurde sie mit militärischen Ehren auf dem St. Annenfriedhof beigesetzt. Alle zwei Jahre wird bei Lüben zwischen Dahlenburg und Görde die historische Schlacht als Renaktment am Ort des damaligen Geschehens nachgestellt. Im Dahlenburger Heimatmuseum befindet sich ein Diorama der Schlacht an der Görde. In der ständigen Ausstellung werden mittels 1510 Figuren die Stellungen der verschiedenen Truppenteile dargestellt. Fotogalerie Nachstellung der Schlacht durch Renaktas Aufmarsch Gefechtsnachstellung Musketenfeuer Gefechtsnachstellung Reiterangriff Gefechtsnachstellung mit Schützen der King's German Legion Gefechtsnachstellung mit Kanonen Siehe auch Napoleonische Kriege Gefechtsnachstellung Gefechtsnachstellung Gefechtsnachstellung